Die Börsen sind auf Rekordhoch und da gibt es dann natürlich immer irgendwen, der dann sagt, das ist jetzt aber übertrieben und das ist jetzt hochgefährlich. Aber es gibt wirklich gerade ein paar Dinge, die da ziemlich bedenklich sind. Und darum geht es in diesem Video. Donald Trump. Dumm ist er ja nicht. Vor zwei Wochen, da hieß es noch, der Mann ist am Ende. Wegen den ganzen Kautionen, die er da zahlen muss in seinen Prozessen. Aber eine Woche später, da war er schon wieder um ein paar Milliarden reicher. Weil er hat nämlich endlich doch seine Medienfirma Trump Media and Technology, die hat er einbringen können in Digital World Acquisition. Das war ein börsennotiertes Vehikel, das vorher schon da war. Und die Aktie ist dann nochmal hochgeschossen zwischenzeitlich auf einen Börsenwert von 13 Milliarden Dollar. Und ihm gehören davon 60 Prozent. Und wer hat Trump jetzt wieder so reich gemacht? Das waren natürlich die verrückten Anleger. Trump Media hat letztes Jahr einen Verlust gemacht von 58 Millionen Dollar bei einem Umsatz von nur 4,1 Millionen Dollar. Und der ist im vierten Quartal dann auch nochmal um 39 Prozent geschrumpft. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das ist aber die Medienfirma vom letzten US-Präsidenten, der vielleicht auch der nächste US-Präsident ist. Da wird schon irgendwas passieren jetzt. Aber trotzdem 13 Milliarden Dollar. Das übertrifft alles, was wir an Meme-Stocks bis jetzt gehabt haben. Die Grafik hier ist von Morningstar. Mit welchem Kurs-Umsatzverhältnis sind in der Spitze Meme-Stocks bewertet worden, beziehungsweise auch Aktien, die einfach besonders beliebt sind. Wir sehen Nvidia hier, sind zum Beispiel mit dem 37-fachen vom Umsatz bewertet worden. Palantir mit dem 23-fachen. Und bei klassischen Meme-Stocks, so wie bei AMC, der Kinokette, oder bei GameStop, da war das Verhältnis eigentlich nur bei 12 und bei 5. Die waren also eigentlich richtig billig. Und bei Trump Media aber, da war es dann mehr als das 2000-fache vom Umsatz. Das ist kein Investment mehr, das ist schon fast Gottes an Betung. Und das wäre sogar dann noch teuer, wenn Donald Trump, wenn er wiedergewählt werden sollte, alle anderen Medien in den USA abschaffen würde. Und sowas spricht natürlich auch Bände darüber, wie die Anleger allgemein jetzt schon wieder drauf sind. Neue Rekorde bei Bitcoin, Gold auf Rekordhoch, die meisten Börsen auf Rekordhoch. Und wie immer gibt es natürlich auch gute Argumente dafür. Aber sind wir mal ehrlich, die will doch eigentlich gar keiner hören, die Argumente. Hauptsache, das Zeug steigt endlich mal. Und auf Digital World Acquisition, da habe ich hier übrigens auch schon hingewiesen. Anfang Februar, also bevor Trump Media da eingebracht worden ist, da hätten sie auch schnell mal 40% damit machen können, wenn sie das gesehen hätten und auch ernst genommen hätten. Hier bei mir auf dem Kanal gibt es nämlich die guten, soliden Aktien mit Substanz. Zum Kanalabo geht es hier unten. Es gibt ja nichts Schöneres als einen Bullenmarkt. Das Depot wird jeden Tag mehr wert und man muss eigentlich nur zuschauen dabei, muss gar nichts anderes machen. Und als wir hier mal über Bärenmärkte gesprochen haben und dass das eine Chance sein kann, im Juli 2022, als wir gerade mitten in einem drin waren, da haben viele Zuschauer damals gesagt, nein, danke, garantiert nicht und schon gar nicht Technologieaktien oder sowas. Und das natürlich irgendwie auch aus einem guten Grund, weil in so einem Umfeld, da will eben keiner was machen. Nur in einem Bullenmarkt, da fühlt man sich auch nicht so richtig wohl, weil man sich da dann eben ständig fragen muss, ist das jetzt vielleicht alles schon übertrieben? Und besonders schlimm ist es, wenn man sich fragen muss, soll ich jetzt noch kaufen? Soll ich jetzt den Kursen noch hinterherlaufen? Es kann zu spät sein, aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich jede Menge Bullenmärkte schon gehabt, die sind jahrelang fantastisch gelaufen, obwohl da auch immer ständig irgendwer gekommen ist und da war, der gesagt hat, das ist alles Wahnsinn, das bricht jetzt bald alles zusammen und es wird ganz furchtbar. Und ein Rekordhoch an sich, das ist auch überhaupt kein Indikator dafür, wie es an den Börsen weitergeht. Und wir wollen aber natürlich eigentlich ja trotzdem gern wissen, wo wir gerade stehen. Den einen Indikator, der immer richtig ist, den gibt es nicht, meines Wissens zumindest. Aber es gibt natürlich schon Hinweise, zum Beispiel das Equity Risk Premium. Das sagt uns, wie teuer sind eigentlich Aktien? Und zwar jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern relativ zu den Zinsen. Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob der Zins mehr oder weniger bei Null ist. Da ist dann im Vergleich natürlich fast jede Aktie interessant. Oder ob ich jetzt auf eine Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit fast 4,4% kriege, so wie es jetzt in den USA ist. Da müssen sich Aktien dann natürlich schon mehr anstrengen, damit sie noch attraktiv sind. Und das hier ist, wie die Gewinne vom amerikanischen S&P 500 Index bewertet sind, relativ zum Anleihezins für drei Monate. Und man sieht schon, die zusätzliche Gewinnrendite bei Aktien 2003, 2009, 2020, da war die immer hoch attraktiv. Und das waren auch Tiefs am Aktienmarkt. Und jetzt sind sie aber eben extrem unattraktiv. Und die Grafik ist jetzt schon zwei Monate alt. Inzwischen ist es sogar noch schlimmer geworden. Aktien sind zu Anleihen so unattraktiv wie seit Sommer 2000 nicht mehr. Und das war kurz vor einem großen Crash. Es gibt also rein von der Bewertung her jetzt mal überhaupt keinen Grund dafür, dass man jetzt Aktien kauft. Das kann man völlig nüchtern so sagen, würde ich sagen. Dann der Buffett-Indikator. Warren Buffett schwört da angeblich drauf. Da geht es darum, wie viel ist der Aktienmarkt wert, relativ zum US-Bruttoinlandsprodukt. Da nimmt man dann einen breiten Index, in dem Fall den Wilshire 5000 Index. Und auch da sehen wir, wir sind jetzt vielleicht nicht ganz so hoch wie 2020 in der Corona-Rallye. Da war das BIP aber natürlich auch am Boden, ist klar. Aber relativ zur Wirtschaftsleistung und im historischen Vergleich ist der Aktienmarkt eben doch sehr, sehr teuer. Und er ist eben auch da deutlich teurer als vor dem Crash ab dem Jahr 2000 oder auch als vor der Finanzkrise. Jetzt kann man natürlich sagen, diesmal ist es doch anders. Der Anstieg kommt diesmal doch hauptsächlich von ein paar großen Technologie-Aktien. Und die sind aber doch auch wirklich gut. Das stimmt schon, aber nur zum Teil. Viele andere Aktien sind natürlich auch gestiegen. Und es steigen jetzt natürlich ja auch der DAX und es steigt der japanische Nikkei auch ohne diese tollen Technologie-Aktien. Und man kann sich natürlich auch fragen, ist diese Konzentration auf die großen Aktien, ist das vielleicht auch schon ein Symptom, dass irgendwas gerade nicht stimmt? Und die Grafik hier ist von der Deutschen Bank. Ich habe sie von Investopedia. Welchen Anteil haben die größten 10% der Aktien am Gesamtmarkt in den USA in den letzten 100 Jahren? Auch da sind wir jetzt bei einem extremen Wert, nämlich bei 75%. Das ist nochmal deutlich höher als vor dem Crash im Jahr 2000, als es auch eben schon so war. Und es ist genauso hoch wie im Crash in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. Auch das ist vielleicht ein Warnsignal, genauso wie die allgemeine Fixierung ja auch auf Wachstumsaktien. Das hier ist ganz neu von JP Morgan aus dem Guide to the Markets. Die KGV-Bewertung von Value-Aktien relativ zu Wachstumsaktien. Die ist schon seit ein paar Jahren sehr niedrig wieder. 2022 ist das dann ja auch nicht besonders gut ausgegangen für viele Wachstumsaktien. Und es kann natürlich auch diesmal wieder so sein. Und damit will ich jetzt aber nicht sagen, kaufen Sie jetzt lieber Value-Aktien, weil die steigen würden dann, wenn die Wachstumsaktien fallen. Sondern ich sehe das Ganze eher insgesamt so als Warnsignal für den gesamten Markt. Und last but not least, Sorglosigkeit. Das hier ist der Wichs auf fünf Jahre. Die Volatilität, also die Schwankungsbreite im S&P 500 Index, die ist seit Herbst wieder sehr niedrig. Es gibt also nichts, das den Markt irgendwie beunruhigt im Moment. Und die Investoren, die nutzen das Ganze aber nicht dazu, dass sie sich jetzt billig Absicherung kaufen bei der niedrigen Volatilität. Sondern was machen sie? Sie wetten auf noch weniger Volatilität. Sie verkaufen Optionen. Und nur in den ETFs, die so eine Strategie verfolgen, da steckt jetzt eine Rekordsumme von 46 Milliarden Dollar. Entschuldigung, von 64 Milliarden Dollar. Und das ist im Vergleich zu vor zwei Jahren eine Vervierfachung. Mehr Sorglosigkeit geht fast nicht. Und in Tateinheit damit, es traut sich ja auch fast keiner mehr, dass er da eine Gegenposition einnimmt im Moment. Wir haben immer mehr Storys so in die Richtung, der Markt ist so stark, dass sich auch die Skeptiker nicht mehr dagegenstellen wollen. Oder dass man bei der HSBC zum Beispiel jetzt zwar alle möglichen Probleme aufzählt, aber trotzdem die Rallye ist safe. Wenigstens mal bis zum zweiten Halbjahr. Oder dass jemand sagt bei Goldman Sachs, Ja, der Markt ist teuer, aber egal, es gibt trotzdem noch Luft nach oben. Das ist der Konsens gerade. Man sieht durchaus die Probleme, aber die Rallye ist die Rallye ist die Rallye. Nur, wo kommt die Rallye jetzt überhaupt her? Mein Verdacht ist immer noch, weil die Anleger einfach kaufen müssen im Moment. Das ist ein Sentiment-Index von der Bank of America, die befragt ja einmal im Monat die großen institutionellen Anleger. Und wenn man sich da den Märzwert, den letzten jetzt anschaut, dann sieht man, so wahnsinnig euphorisch sind die gar nicht. Die Stimmung ist zwar schon stark gestiegen die letzten Monate, aber sie ist immer noch eher so im Mittelfeld. Der Punkt ist nur der. Vor einem Jahr, da war die Stimmung bei denen extrem schlecht. Sie war noch schlechter als in der Finanzkrise und auch noch schlechter als am Anfang von der Covid-Pandemie. Da sind sie also vor einem Jahr komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und sie waren stark untergewichtet und seitdem laufen sie eben verzweifelt dem Markt hinterher. Und Kostolani hat zwar mal gesagt, man soll Aktien nicht hinterherlaufen. Das ist da genauso wie mit Straßenbahnen. Die nächste kommt bestimmt. Aber was, wenn doch keine kommt? Dann steht man ja noch dümmer da als Fondsmanager am Ende. Und darum haben sie den Markt eben immer weiter hochgetrieben, meiner Meinung nach. Und es gibt eben wahrscheinlich auch immer noch ein paar, die sehnsüchtig immer noch warten auf den nächsten Rücksetzer, damit sie da dann auch noch ein bisschen was, ein bisschen billiger kaufen können. Und da kann man es sich eben dann auch nicht leisten, dass man Fragen stellt nach der Bewertung oder nach sonst was. Und vor dem Hintergrund kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze jetzt auch erst mal noch so weiterläuft. Vielleicht jetzt die nächsten Monate nicht mit der gleichen Euphorie, aber doch halbwegs stabil wahrscheinlich und halbwegs gut auch abgesichert die nächsten Monate nach unten, wenn es keine ganz üblen Nachrichten gibt jetzt. Nur, das macht es dann eben auch nicht besser. Weil erstens, irgendwann sind die eben doch alle mal investiert und dann fällt der Kurstreiber weg. Und zweitens, bis dahin kaufen sie mehr oder weniger blind. Das sagt also nichts darüber aus, ob das fundamental alles stimmig ist. Und es gibt aber noch eine zweite Art von Blindheit, die die Börsen treibt im Moment. Ich habe es schon angesprochen in meinem Video von letzter Woche, da ging es ja um den DAX. Wir haben jetzt seit 20 Jahren eine sagenhafte Rallye einfach. Der S&P 500 Index, der hat sich fast verfünffacht in einer Zeit, in der das Wachstum niedrig war in den reichen Volkswirtschaften und in denen es auch, wo es auch schwere Krisen gegeben hat. Finanzkrise, Covid, den Ukraine-Krieg. Und in der uns die Staaten und die Notenbanken aber immer wieder rausgeboxt haben mit den absurdesten Mitteln. Und das Ende vom Lied, der Markt hält sich jetzt für unverwundbar. Und jeder glaubt, er wird zwangsläufig immer mehr oder weniger steigen und dass jeder Rücksetzer auch automatisch in Kauf sein muss. Die Wirtschaftswoche hat geschrieben, droht nach dem DAX-Report der Börsencrash und wenn schon, Market Timing, das funktioniert doch sowieso nicht. Und für Langfristanleger, da sei es doch auch völlig egal, ob das jetzt eine Blase sei oder nicht. Irgendwann platzt die eben, das liegt doch in der Natur der Sache. Und das ist ja auch nicht komplett falsch. Aber 2003, als der DAX um 80 Prozent eingebrochen ist, da hat keiner mehr geschrieben und wenn schon. Das hat man vorher vielleicht geschrieben, aber danach haben die meisten geschrieben, Gott, waren wir bescheuert. Wir sind da reingelaufen in das Fiasko wie Idioten. Wenn also die Frage, ob der Markt zu teuer ist, wenn die an sich schon unsinnig sein soll für einen Anleger, dann heißt das meiner Meinung nach eigentlich nur, wir sind alle schon so sozialisiert, dass wir wirklich glauben, es kann am Aktienmarkt keinen Verlust mehr geben, der für einen Anleger auf längere Sicht noch irgendeine Rolle spielen würde. Und das ist aber eben auch an sich schon ein großes Problem. Und wie gesagt, ich hoffe dringend, dringend, dass der Markt irgendwann jetzt mal in Zukunft einen harten Dämpfer kriegt, dass die Leute einfach auch mal daran erinnert werden, dass es nicht immer nur hochgehen kann. Weil je länger das Ganze noch so geht, so wie es jetzt ist, desto schlimmer wird es irgendwann mal. Und der Dämpfer, der kann morgen schon kommen natürlich, der kann auch erst in ein paar Jahren kommen. Und damit sind sie jetzt auch nicht viel schlauer als am Anfang vom Video. Das tut mir natürlich auch sehr leid. Für mich sind wir jetzt aber eben in einer Marktlage, die jetzt vielleicht noch nicht super gefährlich ist natürlich, aber wo ich eben doch sagen würde, zu sorglos, zu optimistisch das Ganze. Und das Potenzial, das der Markt noch hat, der Gesamtmarkt zumindest, das ist auch relativ begrenzt jetzt. Das ist auch aus dem Guide to the Markets von JP Morgan, die langjährigen Durchschnittsrenditen vom S&P 500, abhängig vom KGV, auf ein Jahr und auf fünf Jahre annualisiert. Die schwanken natürlich stark, aber man sieht im Großen und Ganzen, je höher das KGV, desto stärker gehen die eben in den Durchschnitt zurück, was man erwarten kann. Und beim jetzigen KGV von 21, das ist das rote Viereck, da ist das, was man erwarten kann eben in Zukunft, da ist es nicht mehr so wahnsinnig hoch. Und damit ist es eine Zeit, wo man meiner Meinung nach vielleicht auch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen kann oder wo man den Markt zumindest genau im Auge haben sollte. Es ist immer noch ein Bullenmarkt, aber es ist einer, den man langsam eben wirklich auch kritisch sehen muss. Und wer auch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen sollte, das ist Donald Trump bei Trump Media. Ich glaube nicht, dass die Aktie so hoch bleibt und ich hoffe, dass es da jetzt irgendwann auch mal Short-Instrumente drauf gibt. Ich suche schon die ganze Zeit danach, also Short-Instrumente natürlich, solange sie noch so hoch ist. Die Frage ist, ob Donald Trump selber da jetzt überhaupt einfach so raus kann, das weiß ich nicht. Aber erst mal ist es natürlich egal. Die Kaution ist jetzt zumindest erst mal bezahlt von einer Kautionsversicherung, von einem Unterstützer von ihm. Der kann jetzt nur hoffen, dass Donald Trump sich jetzt nicht absetzt in irgendeinem Land, das nicht ausliefert. Kuba ja vielleicht. Die brauchen jetzt auch langsam wieder mal jemand, der da wieder ein bisschen aufmischt. Oder nach Mexiko, das wird er wahrscheinlich auch schaffen, über die Grenze, weil ja die große Mauer, die er immer bauen wollte, die hat er ja zum Glück dann doch nie gebaut. Was jetzt nicht heißen soll, dass er nicht gleichzeitig auch Präsident sein kann. Letztes Mal hat er hauptsächlich über Twitter regiert. Kein Problem. Das geht auch aus Kuba und aus Nordkorea oder auch aus dem Knast. Er wird das Kind schon schaukeln, ganz so wie immer. Bleiben wir dran an den vielen spannenden Themen. Ich würde mich wie gesagt freuen über ein Kanalabo von Ihnen. Zum Kanalabo geht es hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.